Musik Fella stellt vor, die neue Turbomäher-Generation. Freude an der Technik, stolz auf den Beruf. Sechs Frontmäher von 2,20 bis 2,85 bis 2,85 Arbeitsbreite zur Auswahl. Hier KM270FZ mit Tastschwingenzugbock, die neue Fella-Generation. Neue, komfortable, verstellbare Teleskop-Abstellstütze. Neue Trommelkörper mit optimierten Färberelementen und neuem, verstärktem Trommelgetriebe. Neue, dreidimensional verstellbare Schwadleiteinrichtung. Musik Serienmäßig Messerschnellwechsel. Neue, wartungsfrei, gekapselte, stufenlose Schnitthöhenverstellung mit hochwertiger, rostfreier Lamellenring-Spezialdichtung. Der paarweise Lauf der Mähtrommeln garantiert mit dem doppelten Durchgang und der intensiven Förderwirkung einen perfekten Futterfluss und ein einwandfreies Mähbild. Hier der KM230F mit zwei Mähtrommeln und verstellbarer Schwadscheibe. KM251F mit drei Mähtrommeln und verstellbaren Schwadscheiben mit Leitblech. Geringe Transportbreite durch seitlich hochklappbaren Metallschutz. Mit dem neuen Tastschwingenzugbock gelang Fela ein technischer Durchbruch. Ziehen statt schieben schont Mähwerkwiesen und ihren Schlepper. Das Mähwerk folgt mühelos jeder Bodenunebenheit. Alternativ dazu der Pendelbock. Hier der Fela Frontmäher mit Tastschwingenzugbock im Einsatz. Sauberer, kompakter Schwad. Demonstrieren Sie als Profilandwirt den heutigen Stand der Technik. Spielen Sie die enorme Schlagkraft aus und leisten Sie sich nützlichen Komfort. Optimale Schlagkraft in der Kombination mit dem Heckmäher. Nun zu den Heckmähern. KM167 in Transportstellung, nach hinten schwenkbar. Hochklappbares Schutzverdeck. Das Meisterstück, Fernbedienung, Fünffachlagerung, Leichtzügigkeit, Gliesenbogenverzahnung, Fünffachkugellager, zweiteiliger Kreisel, zweiteilige Gleitkufe, stufenlose Höhenverstellung, Verschleißraube und Reservelöcher. Auf Anhieb ein Welterfolg. Diese Fällerbaurei bietet alles, was sich ein Profi wünschen kann. KM187 mit 1,85 m und KM225 mit 2,20 m Arbeitsbreite. Spuranpassung an alle Schlepperbreiten. Einstellbarer Hochleistungskonditioner als Sonderausrüstung. Leicht abnehmbar, exakte Justierung, ohne Abänderung am Grundgerät, wie bei der leicht nachrüstbaren Federentlastung. Hier zum Vergleich ohne Conditioner. Umstellautomatik von Transport in Arbeitsstellung mit automatischer Verriegelung der Aushebekinematik. Fernbedienung vom Schlepper aus. Hydraulische Steilaushebung, bei Fäller nicht nur rückwärts und seitlich, sondern auch problemlos in Verbindung mit dem Conditioner. Und hier die Fäller Scheibenmäher. Neu SM260 Plus Conditioner mit vielen neuen Ideen. Volltuchschutz mit automatisch klappbarer Abschirmplatte für Ihre Sicherheit. Mittelteil hochklappbar. Der passende Knickzetter KC260 mit Schnellverschlüssen befestigt für bequemen An- und Abbau. Ein völlig neu entwickelter Scheibenmäher. Kompakt Winkelantrieb für die Mähscheiben, innen schuhlos, weit vorn liegende Überschnittpunkte, der Schneidkreise, strömungsgünstiges Mähbalkenprofil. Serienmäßig angeflanschtes Winkelgetriebe für Conditioner-Nachrüstung. Abstellstütze. Holprofil-Mähträger mit angeflanschten Getriebeeinheiten. Gehärtete Gleitkufen mit Steinschutz. Hydraulische Steilaushebung und Federentlastung serienmäßig. Mh, eine Menge neue Ideen von Föller. Und hier SM260 im Einsatz. Arbeitsbreite 2,55 Meter. Höchste Funktionssicherheit. Auch der Knickzetter KC260 hält voll mit der gewaltigen Flächenleistung des SM260 mit. Und weitere innenschuhlose Großscheibenmähwerke von Föller. SM171, die Bergmaschine. Speziell für den Einsatz in Hanglagen und für leichte Schlepper mit drei Großscheiben. SM216 mit vier Großscheiben und 2,15 Meter Arbeitsbreite. Serienmäßig für Conditioner-Nachrüstung eingerichtet. Hydraulische Steilaushebung rückwärts und seitlich. Auch in Verbindung mit dem Conditioner. Mit Föller schmeckt es halt einfach ein Wetter. So viel jetzt zu den Turbomähern. Und jetzt kommen wir zu den Turbohäuern. Der neuen Hydrogeneration für den Profilandwirt. Mit noch größeren Arbeitsbreiten und noch mehr Bedienungskomfort. Und hier haben wir nun den Föller-Turboheuer TH540-D-Hydro mit einer Arbeitsbreite von 5,20 Meter. Nicht mehr absteigen. Entscheidende Föller-Vorteile. Hydraulische Steilaushebung. Schutzbügel schwenken automatisch mit. Automatische Sicherheitsabschaltkupplung. Sie trennt den Hauptantrieb, sobald über die ausgehobene Arbeitsstellung hinaus angehoben wird. Über einen zentral angeordneten Doppelhebel ist die hydraulische Synchronaushebung der äußeren Kreislarme vom Schleppersitz aus fern bedienbar. Schwenkbock mit integrierter Pendelbremse. Doppelstützfuß von einer Seite aus bedienbar. Serienmäßig Wickelschutztöpfe an den Tasträdern. Flächenleistung 5,5 Hektar pro Stunde. Super Ballonbereitung bei Föller selbstverständlich. Der neue Turboheuer TH680-D-Hydro mit der bewährten Technik wie bei Fellas erfolgreichem TH540. Hydraulische Synchronaushebung, Streuwinkeleinstellung, Mittenzentrierung, Schwenkbock, Superballonbereifung, automatische Sicherheitsabschaltung, automatische Schutzbügel, Teleskopzugstreben, Fernbedienung. Zentrale Randstreueinrichtung fernbedienbar für links, Mitte, rechts. Einfach riesig. TH800 Hydro Trans, der Riese unter den Heuern. Vollhydraulisch mit separatem Schnelllauffahrwerk. Ganz neuer Arbeitsrhythmus durch einen nie dagewesenen Bedienungskomfort. Der sechskreiselige Turboheuer mit hydraulischer Synchronaushebung hier in Arbeitsstellung. Die Transporträder des Schnelllauffahrwerks werden hydraulisch angehoben. Im Übrigen die gleiche bewährte Technik wie beim TH540-D-Hydro. Durch längenverstellbare Zugdeichsel optimale Manövrierfähigkeit. Fernbedienung aller Funktionen vom Schleppersitz aus. Der gesamte Turboheuer wird durch hydraulische Folgesteuerung auf das Schnelllauffahrwerk aufgesattelt. Serienmäßig Warmtafeln mit elektrischer Beleuchtung. Riesenarbeitsbreite von 7,80 Meter. Flächenleistung 10 Hektar pro Stunde. Titelschutztöpfe an allen gefährdeten Laufradachsen. Hydraulische Randstreueinrichtung. Turboheuer TH660-D-Hydro. Vom Schleppersitz aus betätigen Sie die hydraulische Transportumstellung. Die Schutzbügel klappen dabei automatisch. Achten Sie als Kenner auf die Streuqualität. Hallo Bergfreunde. Speziell für Bergregionen und starke Hanglagen der Turboheuer TH370 zum optimalen Anbau an Bergtraktoren mit Kompaktanbauport. Durch die Längsverstellbarkeit ist der Anbau an Normalschlepper mit Cat1 möglich. Der leichte Bergschwader TS-295 RDF mit vier herausnehmbaren Zinkenarmen und hochklappbaren Schutzbügeln. Jawohl. Und jetzt der Fela Turbo Schwader TS-335 RDF. Dieser Drei-Funktionen-Schwader ist besonders zum Frontschwaden geeignet. Er ist serienmäßig mit weißem Schnellkuppler und schlepperseitigem Fela-Kupplungsdreieck mit Querausgleich für Front- und Heckeinsatz ausgerüstet. Wesentlicher Vorteil optimale Bodenanpassung durch das Dreiradfahrgestell, das ein durchs Futter laufendes Stützrad unnötig macht. Weitere Merkmale Schutzbügel und Schwadfarmer hochklappbar, Umstellautomatik für vorwärts-rückwärts, Linearhöhenverstellung, zehn Zinkenarme, davon sechs abnehmbar. Zentrales Ausgleichsgelenk erspart die Federentlastung. Transportbreite nur 1,79 Meter. 4,10 Meter. Jetzt auch Front. TS-415 RDF mit zwölf herausnehmbaren Zinkenarmen. Hochklappbare Schutzbügel und Schwadformer. Vierradfahrgestell mit optimaler Spurbreite. 48 Doppelzinken. Verstellbare Abstellstütze. Flächenleistung 6 Hektar pro Stunde und alle bewährten Vorteile wie beim TS-335 RDF gezeigt. Der dritte Drei-Funktionen-Schwader von Vella für leichte Schlepper und kleine Flächen. Und hier haben wir die Heckschwader mit Tandemachse. TS-415 DM mit zwölf herausnehmbaren Zinkenarmen. Jeweils pro Zinkenarm mit vier Doppelzinken bestückt. Serienmäßig mit super Ballonbereifung. Zweiteilige Absteckhalterung, Federsteckverbindungen. Auch hier 4,10 Meter Arbeitsbreite. Den Wettlauf mit dem Wetter gewinnen. Und hier der Duo-Turboschwader TS-631 Hydro mit hydraulischer Lenkachse. Selbstlenkende Nachlaufräder am Transportfahrwerk mit automatischer hydraulischer Geradeausstellung und Verriegelung bei Transportstellung. Tandem-Fahrwerke an den beiden Recheinheiten für optimale Bodenanpassung. Der Deichselschwenkkopf ermöglicht engste Kurvenfahrt. Hydraulische Aushebung mit Sicherheitsarretierung vom Schleppersitz aus. Hier bei der Umstellung von Transport in Arbeitsstellung. Auch das Schwadtuch schwenkt automatisch mit. Schnellschwader mit zweimal zehn Zinkenarmen. Verstellbare Arbeitsbreite bis 6,30 Meter. Ohne Rangieren oder Abschalten schwaden sie direkt auf der Gegenspur zurück. Neu Profischwader TS-780 Hydro mit vorwählbarer Riesenarbeitsbreite von 6,80 bis 7,60 Meter. Einkreiselbetrieb beidseitig möglich. Der TS-780 Hydro mit zweimal zwölf herausnehmbaren Zinkenarmen. Hydraulische Aushebung mit Sicherheitsarretierung und allen bewährten Vorteilen des TS-631 Hydro. Auch immer mehr Frauen wissen Fäller zu schätzen, ja? Ja, auch zum Thema Turboschneider hat sich Fäller wieder etwas Neues einfallen lassen. Fäller Turbo U-Schneider und Fäller Doppelmesser. Hier die SD-Frontgeräte mit neuem Universal-Anbaurahmen für Parallelschwinge. Einstellbar auf alle gängigen Frontlader-Typen. Mit elf Zinken und allen bewährten Vorteilen der Fäller-Doppelmesser-Reihe. Hydraulische Abschiebevorrichtung als Sonderausrüstung. Höher, breiter, schneller. Die neuen Fäller-Doppelmesser schützen auch den empfindlichen Maisblock. Generelle Blockbreite 1,90 Meter. Der hydraulische Blockniederhalter hält den Block beim Transport sicher fest. Sichere Abschiebung ohne Beschädigung des Futtertisches. Mhh, na schau her. Turboschneider-Doppelmesser in acht Typen. Direktmesserführung auch für harte Grassilage. Hochleistungszahnrad-Hydromotor. Hohes Schluckvolumen. Großvolumiger Hydromotor für Vorschubantrieb. Hydraulischer Niederhalter und Blockabschieber als Sonderausrüstung. TU-195, der neue U-Block-Schneider von Fella. Wie bei allen Fella-U-Block-Schneidern, neue Sägemesser mit Hartmetallbeschichtung aus Wolfram Carbid für hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer. Drei geschraubte Schneidsegmente. Galvanisch verzinkte Hydraulikrohre. Direktantrieb der Drei-Messer durch Hydro-Doppelzylinder für jedes Schneidmesser. Extrem schlanker, geschraubter Schneidrahmen. Elf Zinken. Schnelllaufkuppler-Tragachsen mit Sicherheitsverschluss. Kompaktanbau durch seitlich versetztes Pulsator-Steuergerät. Mit Hubgerüst bis 3,90 Meter Entnahmehöhe. Sechs Typen, die alles bieten. Trapezförmiger Grundriss des Schneidrahmens. Kurzhub mit hoher Schnittfrequenz. Drei Seiten auf einen Schnitt. Saubere Entnahme, kein Ausbrechen der Ecken. Geeignet für alle Silagearten. Mit Fella schneiden Sie gut ab. Kein Auflockern des Blocks beim Hochfahren des Schneidbüges. Zugfederbelasteter Blockabschieber. Mh, mein Fäller schmeckt sauberes Futter als saubere Milch. Und jetzt ein Kurzbericht über die Fällerwerke. 1918 gegründet vor den Toren Nürnbergs auf einer Werksfläche von 20 Hektar die Fällerwerke heute. Einer der führenden Hersteller von Maschinen für die Futtererntetechnik. Durch zielbewusste Planung und handwerkliches Können bietet Fäller seit über 70 Jahren dem Landwirt ausgereifte Technik. Mit modernsten Produktionsmitteln, angefangen von der Konstruktion per Computer CAD genannt, über NC-gesteuerte Bearbeitungszentren, arbeiten hier über 500 erfahrene Fachkräfte, wovon viele aus der Landwirtschaft stammen. Automatisierung und Flexibilität mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen für die Fäller-Spitzenprodukte. Moderne Schweißroboter für präzise Arbeiten in einer Sicherheitszelle. Eine Fünf-Phasen-Lackieranlage mit Sandstrahl-, Tauch- und Spritzverfahren und Einbrennlackierung. Ständige Qualitätssicherung durch modernste Messtechnik. Jede Neuentwicklung wird bei Fäller in der Versuchsabteilung und im härtesten Praxiseinsatz auf Herz und Nieren geprüft. Jährlich verlassen über 20.000 Fällergeräte das Werk in Feucht. Kundenvorführungen und intensive Schulung der Mitarbeiter gehören zum Fäller-Service-Programm, ebenso wie der Kundendienst von Fäller und seinen Vertriebspartnern, die immer für sie da sind. In vielen Ländern Europas und Übersee ist Fäller erfolgreich tätig. Auf den wichtigsten Messen im In- und Ausland stellt Fäller seine Leistungsfähigkeit unter Beweis. Fäller, die Spezialisten für Futtererntetechnik. Ein echtes Familienunternehmen in einer Hand. Ja, das war's für heute. Eine Menge Neuheiten. Getreu unserer Devise. Fäller immer eine Idee voraus. Auf Wiedersehen bei Ihrem Fäller-Vertriebspartner. Eine Menge Neuheiten. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020